Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Troubling Terrorist Town mit den üblichen Verdächtigen ist einmal die Antonia. Hallo. Der Alex. Hallo. Der Chris. Hallo. Der Antonio steht hier auch bei mir. Hey. Hey und ich bin innocent, nochmal Salz-Tippen. Ja, ich auch. Oh, ich hab ein iPad gefunden. Ich bin Detektiv übrigens. Oh, das ist auch ein iPad. Pierre steht bei mir. Ich hab einen Schuss gehört. Also Alex, ich schreib Alex und Pierre bei mir. Ja, ich will aber grad wissen, wer da oben geschossen hat. Antonia rennt nach oben. Ist der Feldo? Ja, ich bin hinter dem. Ah, krass. Irgendwo. Du hast grad jemand runtergefallen? Feldo, bist du gestorben? Du bist runtergefallen? Warte, ich guck mal nach. Was? Da war grad eine Granate. Hast du ihn gesehen? Ich hab's so gesehen, dass da Richtung runtergefallen ist. Ja, wo ist er denn hingefallen? Irgendwo und dann... Ich hab nicht gesehen, woran er hingefallen ist. Ich seh ihn nicht. Ey, wer läuft denn da oben? Ich bin Antonia. Ich bin... Ja, ich bin auch gerade auf der Suche. Ja, wo ist denn der hin? Also wo ist... Nach einer Leiche. Ist der hier... Alter, wer schmeißt die ganze Zeit Fire und Smoke rein, wo Antonia und ich stehen? Oh, ich hab ihn gefunden. Und? Identifizieren. Ah, Hilfe. Ey. Alter. Hä, was ist das? Keine Ahnung. Warum ich grad irgendwie überhaupt nicht was zu machen? Ja, identifizieren doch einfach kurz. Ja. Oder... Oh, er war Traitor. Auffeld, du bist... Warst du grad Nubik? Er war Traitor, okay, cool. Er war Nubik. Okay. Der Pierre ist der Einzige, der sich jetzt gerade abgekapselt hat. Ich bin immer noch oben, die ganze Zeit auch. Ich hab' ja gesagt, dass er sagt, ich bin oben. Ja, ja. Wir sind jetzt gerade hier alle in der Mitte. Ja. Hier ist Chris, hier ist auch die Antonia, ne? Nee, jetzt den klär, der schon oben. Also, wenn wir hier gleich eine Granate fliehen, dann pass auf. Wir haben... Alex, äh... Chris, geh weg. Wir haben beide ne Schrot. Ja, geh weg. Ich sag's, es gibt dir nur einen Tipp. Ich bin's wirklich nicht. Und ich geb den Tipp, dass einer von denen hat ne Jihad-Bombe. Und so hat extra die Nähe zu gehen. Ich bin's nicht. Ich hab' nur einen Rifle. Ja. Ich hab' nicht am nächsten Mal gedacht. Ah, nur Rifle, danke. Ich sollte nicht stehen bleiben. Und keiner hat's gesagt. Ja, ich bin's aber nicht. Ich reagiere nur. Ey, ich werde angeschossen. Ja, ich hab' mal probiert, ob er reagiert. Ich verpiss mich. Ihr Leute, ich verpisst euch. Ich sag's, ich verpisst euch. Ich bin der Aggro-Detective. Ja, ja. Glaub ich auch. Wenn mir einer jetzt hier herläuft, ist mir sicher, dass der ist Traitor. Also, bitte. Kannst du mal da oben? Alle stehen da unten nicht stehen. Nein. Chris, dann geh du ganz weg. Alex wär's gewesen. Alex, läuft grad gerade aus, der hat was in Plädterstück gekauft. Ja. Warum, was hat er? Ich hab' gar nichts gemacht. Alex, das ist einfach straight gerade ausgelaufen. Ja, weil ich vielleicht kurz zur Seite geguckt hab, weil ich kein Spielsound grad höre. Nee. Wenn du, wenn du Traitor warst, dann... Ja, aber ich... Junge, ich hab' keinen Spielsound gehört. Ich hab' grad immer noch keinen Spielsound. Ja, ich kann's aber sagen, jetzt kannst du aber nur sagen, oh, mich zu verwirren. Ich muss, muss, muss auch mal bedenken. Achso, ich muss noch alternativ aktivieren. Okay, jetzt hab' ich Spielsound. Oh, Chris, ich bin hinter dir. Ja, ja, ich hab' schon gesehen, dass du hier unten stehst. Ja, geh bitte weiter weg von mir. Ach komm, weißt du, warte ich Angst habe vor... Also, im Moment sind auch alle da, ne? Also, alle, die jetzt außer Feldwärts haben. Ja, alle, außer der Sturzschaden. Deswegen, jetzt, ich versteh mich, ah, komm, einfach, stell mich hier hin und chill. Und wenn ich mich schon mal abschießt, dann schreit... Antonia, kommst du mir mal auf? Chris... Was? Ich bin immer noch oben. Entschuldigung, ach, ich bin immer noch oben. Wer steht zusammen, Chris'n Einzelnetz oder was? Und ich auch. Ja, 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 ich steh oben. Ich hab' Angst, ich hab' Angst, ich hab' Angst. Ey, hör auf! Wer schießt? Ich hab' auf euch, ich hab' auf Antonia geschossen. Ja, warum sind wir, äh... Hallo, warum werden wir immer auf mich geschossen? Ich hab' auch schon mal geschossen, ich hab' nichts gemacht, Ja, ich weiß, der Traitor müsste jetzt richtig Panik schieben und gleich anfangen rumzumachen. Ah, Chris, ich hab' ein bisschen Angst, aber... Der Countdown nach unten, na, ich steh' oben immer noch. Ja, ich steh' hier oben beim MacBook, ich steh' bei MacBook. Ich bräuchte nur irgendwie mal ne Fernkampf nach vorne. Also, ich vermute ja, da wir schon jetzt bei 38 Sekunden sind, dass Pierre es nicht ist, weil Pierre hätte jetzt schon als Traitor oder auch ich als Traitor hätten jetzt schon Action geschoben. Nein, ich war das, was den Verdacht auf Antonia schiebt, ne? Weil, ganz ehrlich, Pierre und ich, wir hätten jetzt schon das random Geschieße angefangen als Traitor und hätten uns nicht mehr zurückhalten können. Ich bin grad neben Chris und hätten ihn grad einfach wegkrutzen können. Antonia kommt zu mir, ey. Antonia. Hallo. Sie ist hundertprozentig, ja. Ja, hundertpro... Ja, war sie. Lass' das Mädchen doch mal laufen. Ja. Die kam so auf mich zu und ich hör's richtig an. Ich muss gerade sagen, hundertprozentig, dann schieß' nur drauf. Ja, hab' ich ja dann auch. Ich fall' runter, warum? Danke. Sehr schön, da war der Traitor und ist auch runtergefallen, ja. Neben dem Polizeiauto runter. Chironimo, ich will nicht mehr leben. Ich wollt' übers Auto springen und bin irgendwie falsch, das war scheiße. Boah, ich kann nicht mehr ins Menü irgendwie was einstellen, ein Lowcheck oder sowas, wenn ich Escape drücke. Escape? Also ich kann nicht alles. Die Serverliste. Auf Escape ist doch nicht die Server... Ja, du kannst doch dann auf... Du musst dann dort dann die Option aktivieren. Die Serverliste kannst du zumachen. Wie denn? Und dann kannst du auf Options gehen. Ach so, für unsere Zuschauer nochmal, Pierre nimmt im Moment noch das Gameplay ab, also jetzt und die nächsten fünf Folgen. Jetzt die nächsten fünf Folgen seht ihr das Menü. Sehr schön. Ja. Ja. Und ich bin... Ach man ey. Traitor! Ich hab' nicht mal ne Waffe bis jetzt ey. Läuf bei dir. Alter Alex! Was denn? Ich hab' nicht mal ne Waffe. Also ich bin nicht Detektiv und nicht Traitor. Ich bin nicht Detektiv und nicht Traitor. Ich hab' nicht mal ne Waffe. Also ich bin Traitor, aber in Blau. Ah hier gibt's ja noch was. Ah Shotgun. Traitor in Blau. Ähm, ich hab' mal kurz ne Frage. Ja. Und zwar war das schon immer so, dass es beim Traitor dann so unten angezeigt hat, dein Partner ist der und der. Ja, das war schon immer. Okay, dann hab' ich das behält, dass sie irgendwie immer übersehen. Also Antonia ist Twitter. Okay. Nein, ich war letztes Mal Twitter. Nee, sie war gerade schon Twitter. Alex hielt sich auf den Detektiv. Äh, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wenn du mir auf den Sack gehst, bist du tot. Ach man. Wie bei der beiden gewonnen hat heißt das nicht, dass ich jetzt, äh, 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 mitkürze. Ja, also Alex steht hier neben mir. Ja, darfst du nicht stehen oder was? Und der Pia, der Pia läuft hinterher. Denn wir laufen hier alle hoch. Ey, was ist das für ein Teil? Wer ist denn da oben? Antonia. Also ich bin hier oben mit Antonia. Der Feldo. Massenversammlung, okay. Also dem Feldo vertraue ich mal ausnahmsweise. Nee, würde ich nicht tun. Würde ich nicht tun. Aber ich glaube, er ist doch trotzdem Traitor. Ja, ich bin, ich... Ja, mach doch. Ja, ich bin doch so Traitor. Ich bin... Ah! Alter! Nein! Fahrt mich daran! Sehr schön hier. Ey. Hab ich zwei mitgenommen? Ey, so beschissen, ne? Ich bin von der Djihad weggelaufen und fall diesen scheiß Junk runter. Also hab ich indirekt zwei Leute mitgenommen. Sehr geil. Ja, und ich hab die anderen beiden weggerannt. Ach ne, nur einen, oder was? Ich hab die Djihad überlebt und bin danach runtergefallen. Ja, Antonia und Feldo haben auf sich geschossen. Ja, ich bin weggerannt. Dann hab ich's ausgenutzt. Ah, okay, cool. Ja, ich wollte ja auch Unruhe stiften und hab mir gedacht, du nutzt da die Unruhe aus. Sehr schön. Ja, ich bin extra weiter hingeblieben. Ich bin extra hinter euch geblieben. Ganz langsam. Ja, war ja schon irgendwie... Ich glaub, da brauchen wir keine Kommunikation mehr, um zu wissen, dass ich da jetzt die Djihad machen will. Ja, wenn die da alle so stehen ist... Ich liebe einfach die Runden, wo wir beide Traitor sind, Pia. Hey! Geiler Spawn! Ich auch! Seid ihr beide runtergefallen jetzt? Ich wurde in der Luft gespawnt. Ich auch. Hey! Ja, geil, ne? Ich kann mich voll vorbereiten jetzt. Dann kann ich beide Waffen sammeln. Ja, läuft. Ich liebe das Spiel manchmal. Ich flieg mal aus dem Fenster raus, wenn man darf und... Ja, darf man, aber man sieht ja nix mehr. Was ist das für ein Geruch? Das sind so ein paar Explosionchen. Oh, Detective. Okay. Ich brauche keine Waffen. Innocent. Ich wünsch, ich könnte dasselbe sagen, aber... Ey, ey, ist da... Ja, was? Deiner. Deiner, 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 deiner. Wer ist denn hier? Ich habe keine Waffen. Feldo. Ja? Was? Da dachte ich grad grad jemand gestorben. Ja, ich versuch den grad mal. Detective? Wie ist der Detective gestorben? Ja, weil Chris drauf geschossen hat. Leck. Verdammt. Alex? Alter. Ah, ey. Warum leckt das grade so? Alter, Chris. Ich war dein Traitor-Kollege. Warum schießt du weiter die ganze Zeit auf mich? Weil bei mir noch der Feldo da zuerst stand. Und es hat dann geleckt und dann... Also bei mir wärst du tot umgefallen. Ja, genau. Ich wollte schon schreien, warum schießt du auf mich? Aber dann hätte ich mir gleich sparen können. Also dann wäre es ja auch vorbei gewesen. Schießt doch einfach... Ich hab doch gerade gesagt, es leckt gerade wie Sau. Ey, danke, Pierre. Du bist ja geilste. Aber erst mal weiter schießt. Was denn? Dann ist das einfach aufzuhalten. Wie du einfach weggerotzt hast du am Ende. Ja, ganz ehrlich, ich... Du guckst so auf Alex, alle sagst so... Alter, wenn du bei Alex einfach... Ich war voll... Voll... Was geht da oben jetzt ab? Antoni, wie bist du eigentlich gestorben? Ja, der deiner hat mich erschossen. Ich war Detective. Und er hat einfach so... Vielleicht war ich bloß und ich hatte ja... Keine Zeit mich vorzubereiten. Hatte dementsprechend keine Waffen und nichts. Mir war nicht bewusst, dass diese MP5 so scheiße ist, dass man auch nicht mal... Die ist scheiße. Das hast du schon das letzte Mal festgestellt. Nein, das war die M16, die ich jetzt gerade in der Hand hab. Ach so... Das sind einfach... Das sind einfach alle Waffen scheiße. Oh, drückst du mir zurück! Das sind einfach alle Waffen scheiße. Was? Alter Alex. Ich bin Detective. Ich bin Inno. Machen schnell hochlaufen. Ich bin auch Inno. Hallo. 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 Wer ist denn hier oben? Ich bin ganz oben. Chris ist oben. Ah, Chris. Möchtest du dir jetzt rächen? Ja, am liebsten. Aber das ist dann nicht so cool, wenn du auch innocent wärst. Das könnte ein Problem werden, ja. Allerdings war ich den letzten zwei Runden auch zwei Minderlander-Trader. Von daher könnte ich auch zwei Minderlander-Trader sein. Sag euch, wer mich hier findet, ist Trader und den rotz ich weg. Oder Detective mit Radar. Vielleicht darf ich dich ja jetzt auch legal wegschießen. Ich bin... Ja, dann... Müsste ich aber erst noch stehen bleiben dafür, dass du mich richtig reinkriegst. Der kommt, der kommt da. Wie süß. Ich hatte doch... Ich hatte doch keine AK in der Hand. Moment. Ich hab dir doch gesagt, ich hab ne Stadtkern. Also hatte Antonia ne AK. Aber ich hab erst voll spät auf dich geschossen. Also waren Antonia und Chris... Jaja. Ich hab mir gedacht... Nein, ich war Inno. Ich hab auch Feldo geschossen. Ach, Feldo und Antonia waren. Ja, aber ich hab das nicht gecheckt, dass Antonia noch rumgeschossen hat. Ich bin immer von sich wirklich hingetrennt, ey. Ich hab auch in der AK rumgeballert. Was ist heute los hier? Ich muss auch mal... Wo kann man nochmal das Gamma erhöhen? Also in-game? Alter, ich find euch einfach nie. Ich bin immer da, wo... Gamma kannst du unter Video. Auch in Option. Alles in der Option. Mh. 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 Der Alex ist gerade nur Traitor-Shop. Hast du gesehen? Der steht nur... Der steht nur gerade rum. Ja, weil ich mich angekündigt habe, dass ich in der Einstellung bin oder so. Ich bin Detective. Hallo Leute. Obwohl das ist Helge auch eigentlich. Wer ist noch hier? Antonia? Alex? Was war das? Was war das? Das war ich, weil ich bin Detective. Bist du schon wieder runtergeschossen? Nein. Nein, ich hab Pierre gefunden. Ja, ich stand in der Ecke. Mann. Ich hab Pierre gefunden. Das hat mich so gefreut, dass ich erstmal auch schreien musste. Also Antonia, kapsel dich ab von den anderen beiden. Ja, weil ich jetzt auf der anderen Seite... Also ich... Also ich brauche ja so und so nicht Traitor sein, weil ich schieße ja so und so immer auf alle. Tonia? Ja. Ja, als Elo-Set machst du das ja eigentlich nicht. Ja, ich darf einfach vorbei. Wer schießt hier? Irgendjemand snipe von oben. Hat auf Chris gesniped. Hat jemand einen Nebenfälle von euch? Nee, aber... Aber jemand hat von... Oh, Feldur war's. Feldur hat mal einen Schock. Ich bin Elo, ich bin Elo, ich bin Elo, ich bin Elo, ich bin Elo. Ich hab's gesehen. Ich hab gesehen, dass er mir weiter auf einen Schock angewechselt hat wieder. Was ist los? Warte, 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 warte. Äh, mit was war das E? Mit E. Hä? Das geht grad nicht. Fuck, ey, was soll ich? Chris, es ist, Chris, es ist, Chris, es ist! Haben ihn getötet. Okay. Mich nicht töten, bitte. Chris war ein Traitor. Antonia? Du warst der Letzte. So wurde... So wurde ich als auch... Feldur war ein Innocent. Ihr erschießt mich und du merkst es nicht. What the fuck? Und ich dachte noch, nee, jetzt identifizier mal lieber nicht die Leiche, renn mal drüber. Fuck. Ey, Pierre! Ja! Ja, es tut mir leid! Sehr schön, Pierre. Du warst der, der da oben mit einer Rifle auf die... unten geschossen hat. Ja, weil ich dachte, das ist Chris, weil Chris sonst sofort irgendwie auf jeden Gun schießt. Und ich wollte einmal ausbrechen. Ich wollte selbst einmal so... Ja, aber dann hast du gesagt, du hast einen Shotgun, weil er glaubt, dass du das warst. Dann musst du dich lieben. Ach, schön. Ey, ich hab nur gesagt, ich hab einen Shotgun, ich hatte eine Shotgun, also! Ey, du hast doch mal vorhin ne Rifle gehabt! Ja, nee, das ist nicht wahr! Das ist gelogen! Ja, nicht, aber doch, hä? Ja, nee, das ist gelogen! Das ist nicht wahr! Jaja, das hat sich mal kreuzweise, Alter! Boah, scheiße Handy! Dann haben wir ins Knie weggerotzt, ey! Ja, das stimmt! Ich hatte doch schon wieder ne Scheiße auf meiner Hand! So, ich bin inno! Ich bin inno! Inno! Mein Gott, ey! Also, ich bin bei Feldo, der steht wieder an seinen Sniperposten. Ja, aber ohne Sniper! Ja, ich hab auch einen Supersniper in der Hand! Guck! Ja, seh ich! Ist ein Knallerding, ne? Ja, ist der Hammer! Das ist die Silent AWP, die ist cool, ne? Oh, dann kommt bei mir nix gerade! Jo! Find ich auch! Ich guck mir grad die Karte jetzt! Was ist denn da? Feldo war... Uh! Feldo also! Pierre? Da liegt ja echt ein Ding! Pierre? Antonia? Ja! Also... Warum hab ich jetzt auch aufgehört drehen? Muss er ja auch Traitor sein, oder was ist da los? Hier sind auf jeden Fall zwei Tote! Ach komm! Ähm... Eh... Alex... Feldow war ein Traitor! Chris war innocent! Warum kann ich nicht mal nach vorne laufen? WTF? Aber mehr ist noch nicht confirmed! Scheiße! Antonia ist auf jeden Fall noch da! Und Pierre ist auf jeden Fall auch noch! Oder irgendwie da! Wer sagt mir, dass Pierre noch da ist? Ja, ich hab ihn noch nicht identifiziert können! Aber wenn du das so sagst, dann bist du nämlich alleine! Jaaa! Sehr cool! Ah... Ach scheiße! Brauch ich jetzt so ne kack Waffe? Ist ja voll scheiße! Ah! Okay! Besser! Ich hab auch keine bessere! Also... Ja doch! Passt! Ich hab doch eigentlich auch ein Radar! Warum... Ach nee! Ach nee! Hab ich nicht! Hab mir nie was anderes gekauft! Stimmt! Ah! Ich sollte mal vom Schrank runter gehen, weil da heißt da eine Bombe drin! Ne? Warte mal, wen ich grad gesehen hab! Ja! Mich vielleicht! Nie! 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 Ich hab dich aber gesehen! Ich hab aber grad den Pierre gesehen! Du wirst mich verarschen! Hinter diesem... Bauklätzchenhaus da! Wirst du mich jetzt verarschen oder was? Nein! Echt! Du leckst doch grad bei mir hin und her! Leck? Nö! Ich geh nur hin und her! Aber ich schwör dir! Da ist grad einer hin und her! Also da hinten ist grad einer gelaufen! Ich bleib hier hinten als Detective! Ja super! Weißt du? Ich opfer mich jetzt einfach! Ja! Dann mach mal! Aber bitte fühl Pierre Schaden zu! Hey! Solltest du dich zu mir umdrehen? Ich vertrau dir grad null! Du hast erst gesagt, ja ja wir sind alleine! Ach! Ach! Pierre schießt! Okay! Ah! Pierre hat geschossen! Okay! Ja! Scheiß! Ich hab doch auch geschossen in dem Moment wo du auch geschossen hast! Ey das ist wieder so... Ich möcht dich trennen lernen! Ha! 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 Ja aber ohne Scheiß ich hab doch eigentlich auch am Ende geschossen! Ich versteh das nicht! Hast du auch? Aber irgendwie hat er bei mir gelackt! Das ist so geil dieser Server hat schon... Der Server hat schon das letzte Mal so gelackt ey! Aber Alex ist voll drauf reingefallen! Ich hab extra die Klappe gehalten! Weil ich hab... Ja weil Antonio ist ja auch noch absichtlich zu sagen! Aber... Ja das war's auf jeden Fall mit dieser Folge! Ja! Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei TTT wenn wir uns wieder darum streiten wer jetzt hier wirklich wer ist und was wer macht und... Genau! Bis dahin! Tschüss!